Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Test online unter www.homedic.com.aktivieren aktivieren. Wenn Sie Ihr Testkit nicht aktiviert haben, kann das Labor Ihre Testdaten leider nicht verarbeiten. Um Ihren Test zu aktivieren, müssen Sie den 12-stelligen eindeutigen Testkit-ID-Code verwenden. Den Aktivierungscode finden Sie unter dem Barcode auf der Sammelröhre. Gehen Sie dann auf www.homedic.com.aktivieren und aktivieren Sie Ihren Test in Ihrem persönlichen Homedic-Konto. In Ihrem Testpaket befindet sich ein Wattestäbchen, Sammelröhrchen und eine Schutztasche. Waschen Sie Ihre Hände 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und trocknen Sie sie dann ab. Nehmen Sie das Wattestäbchen aus der Verpackung. Halten Sie das Wattestäbchen mit Daumen und Zeigefinger und berühren Sie nicht die weiße Spitze des Wattestäbchens. Wenn Sie den Test selbst durchführen, empfehlen wir Ihnen, dies vor dem Spiegel zu tun. Halten Sie das Wattestäbchen mit Daumen und Zeigefinger und öffnen Sie den Mund so weit wie möglich. Reiben Sie mit der Spitze des Wattestäbchens über die folgenden Bereiche des Mundes. Mandeln, Hinterwand und Zäpfchen. Wiederholen Sie diesen Vorgang 5-6 Mal. Öffnen Sie das Sammelröhrchen, indem Sie den Deckel vorsichtig abschrauben und halten Sie es aufrecht, damit die Flüssigkeit nicht ausläuft. Legen Sie das Wattestäbchen mit der weißen Spitze zuerst in das Röhrchen mit der Flüssigkeit. Brechen Sie das Wattestäbchen vorsichtig an der Bruchkante ab. Schrauben Sie dann den Deckel wieder auf das Sammelröhrchen mit dem Wattestäbchen darin. Legen Sie das versiegelte Sammelröhrchen in den mitgelieferten Plastikschutzbeutel und verschließen Sie ihn mit dem Plastikleberand. Legen Sie den Schutzbeutel mit der Probe in die Schachtel und verschließen Sie ihn. Legen Sie die Box in den beiliegenden Rückumschlag und senden Sie diese direkt an die auf dem Rückumschlag angegebene Adresse. Die Kosten für die Rücksendung wurden bereits bezahlt. Nachdem Sie das Testmaterial abgeholt haben, sollten Sie das Testkit umgehend an die Adresse auf dem Rückumschlag senden. Sobald das Labor Ihre Testprobe erhalten hat, wird sie verarbeitet. Ihre Testergebnisse werden von unserem medizinischen Team überprüft. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihre Testergebnisse vorliegen. Homedic – der einfachste Weg, Ihre Gesundheit zu Hause zu testen. Testergebnisse